Hallo zusammen, es freut mich sehr, dass ihr virtuell bei mir im Studio seid und ich virtuell bei euch im Wohnzimmer oder wo auch immer. Dann kann ich euch meine neue Komposition so vorstellen, weil es der Wissen das Problem ist, Musiker können im Moment kaum auftreten, es gibt keine Möglichkeiten. Und dann freut es mich umso mehr, jetzt die neue Komposition, die ich hier gemacht habe, für Quartett euch vorzustellen. Es ist eine kleine Suite, ca. 8 Minuten und es ist für Bass-Klarinette, Banjo, Kontrabass, Schlagzeug und Schlagzeug hat noch ein bisschen ein Sampler für elektronische Sounds. Jetzt ist es so, das Problem ist, ich kann nicht alles aufs Wohl spielen und Musiker hier in mein kleines Studio zu kriegen, wo ich hier tagelang mit mir meine Zeug einübe, gratis, weil ich sie ja nicht zahlen kann. Das ist sehr schwierig zu finden. Und dann kommt noch dazu, die Musiker, die sind alle frustriert, weil sie keine Arbeit haben und wer weiss, was sich die jetzt Nacht herumtreiben, in was für Lusche, Bars und Clubs. Und was sie sich dort holen und dann zu mir tagelangen. Das war immer ein bisschen unangenehm, aber ich dachte, ich muss hier eine andere Lösung finden und ich habe eine gefunden. Den kennt vielleicht Daniel Düsentrieb. Das ist der Erfinder aus Donald Duck, Mickey Mouse, aus diesen Büchern. Und der hat einmal in einem Heftchen, das ich gelesen habe, einen Duplikator erfunden. Das ist eine Maschine, die man sich klonen kann, so viel wie man will. Zum Beispiel jetzt brauche ich vier, brauche ich vier und klone mich viermal. Und dann habe ich die Musiker, die das für mich spielen dürfen. Und zwar habe ich die Maschine zufällig im eBay-Argebot, im eBay-Argebot, im eBay.de, habe ich sie gefunden. Und dort habe ich sie sofort ersteigert. Ich war der Einzige, ich weiss nicht warum. Und manchmal haben die anderen gedacht, das gibt es gar nicht, das funktioniert nicht so. Aber ich habe es sofort genommen und ich habe es hier jetzt installiert mit meinem Keller nebenan. Und die werden jetzt zeigen, wie das funktioniert. So, das ist jetzt das Kellerabteil, wo ich die Maschine, den Duplikator von Daniel Düsentrieb installiert habe. Ich lege hier hinein, schließe mich an eine Elektrode anschliessen. Es wird dann relativ heil, darum lasse ich die Türen zu. Ich selber habe eine Spezialbrille, mehr macht es nichts. Und dann kommen die Clones, die Duplikate von mir ein nach dem anderen raus und gehen in den Musikraum. Ich muss sagen, sie sind nicht ganz so perfekt. Also die Maschine ist noch nicht voll ausgerieft, weil die Clones sind ein bisschen steif. Und sie haben einen sehr einseitigen Gesichtsausdruck, der sich kaum verändert. Aber für die Musik macht das nicht. Also zum Einkaufen könnte ich die jetzt nicht schicken, da würde die Leute verschrecken, da läuft ein Zombie rum. Aber musikalisch ist es perfekt. Die machen ganz genau das, was ich mir vorstelle. Weil ich bin mit dieser Brille auch telepathisch mit ihnen verbunden. Wenn ich mich da innen, in diesem Stuhl in einem leicht komatösen Zustand lege, habe ich sie ganz genau im Griff und sie machen ganz genau das, was ich will. Und am Schluss, sobald ich den Fokus absetze von ihnen, wenn ich mich nicht mehr auf sie konzentriere, dann lösen sie sich eine Luft auf, was auch noch ganz praktisch ist, dass nicht zu viele von mir so rumlaufen, die ganze Zeit. Also dann wünsche ich jetzt eine gute Unterhaltung mit meiner neuen Komposition. De las Kron 1, Kontrabass. De las Kron 1, Kontrabass. De las Kron 2, Bencho. De las Kron 3, Basskabinette. De las Kron 4, Schlagzeug und Sample. De las Kron 3, Basskabinette. Musik Oh, every day I got the blues Oh, every night I got the blues Cause I lost my job Down in Corona Town guitar solo guitar solo guitar solo Musik 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 Musik